ich bewundere das sehr und dass sie in dieser situation so schön sprechen können und tatsächlich ist es so dass sie auch diesen gesang anbieten und wie funktioniert das singen sie der a cappella oder ich singe sehr gerne a cappella ja ich kann natürlich auch mit musikern singen und ich singe sehr gerne live aber auch zum playback aber ich finde dass der a cappella gesang zu dieser art des abschiednehmens besonders gut passt weil es so reduziert ist die stimme ist alleine hat alleine an eine andere kraft als wenn sie zu einer instrumentalen begleitung erklingt und dieses reduzieren auf das auf die pure stimme auf das wesentliche wo dass die seele die im klang ihren ausdruck findet hörbar wird weil sie nicht überlagert wird von instrumenten das finde ich passt gut zum tod weil der tod reduziert auch das leben auf das wesentliche nämlich was bleibt und wie wurde das leben bewältigt und darum passt das finde ich so gut zusammen und was ich bisher gehört habe haben das die betroffenen auch so empfunden und könnt ihr eine kurze kostprobe hören wie das ungefähr klingt ich möchte da ein lied beginnen zu singen oder singen das nicht sehr bekannt ist dass ich aber besonders liebe wegen des textes i will be with you von einem lieben freund von mir geschrieben i will be be with you that is my promise i will be with you forever trust in my love give me all your kiss for i will be with you forever more das ist wirklich sehr berührend und sie bringen da so viele emotionen in die stimme hinein dass ich mir vorstellen kann dass das also in so einem bewegenden moment die leute wirklich sehr 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 berühren muss